Hallo zusammen, wir haben wieder ein Mixed Reality Game für euch. Gibt es kostenlos im App Lab Store. Heißt Miracle Pool. Kann man den Multiplayer spielen, macht sehr viel Spaß. Und das wollen wir euch gleich mal zeigen. Alles klar, ja. Gut, fangen wir mal an. Ey, wir können das mit vier Mann spielen, du hast mir vier Mann eingestellt, Schatz. Ja, das ist automatisch, aber wir können auch zu zweit, maximal vier. Achso, gut. Das Menü ist aber da noch offen. Das macht nichts. Vor dir. Gut, du hast freie Auswahl. Oh, wei. Naja, gut. Ah, der ist nicht reingegangen. Schade. Hab ich nicht geschafft. So, ich dämme mal hier zwischen. Ja, probier mal. Dein Glück. Immer noch keinen drin. Nein, du bist. Ich kann sie nicht rumbiegen. So jetzt. Nee, der war zu schwach. Nee, hat nicht geklappt. So. Na ja, Billard-Profis sind wir nicht. Nee, wir haben eine Ewigkeit nicht mehr gespielt. Also, ich hab jetzt eh die vollen hier. Du hast nur, Mann. Hier liegt die Rang-Schnürkiste rein, von da oben. Ja, ich müsste da drüben gehen, aber... Nee, da hinten musst du hin. Ja, wie soll ich das machen, ne? Man braucht schon Platz für das Spiel. Ja, man braucht schon ein bisschen Platz für das Spiel. Nee. Ach, schade. Hab ich nicht in den richtigen Winkel gehabt. Da ist eine Kugel drin. Peinlich, ey. Nee, ist von mir. Ja. Guck mal, was Papa macht. Naja, was machst du denn da? Ach, ich hab ja... Du bist ja ein Profi. Was hab ich denn jetzt? Oh, du hast da fast eine volle bei mir reingehauen. Du hast die vollen, aber doch richtig. Genau. Nee, nee, ich hab die vollen, genau. Ich wollte an für sich die andere haben, da drüben, die. Ah, wo bist denn der nicht rein? Du musst mich mal hier hinlassen. Ja, ja, ich geh schon einmal rum. Ich geh schon einmal rum. Zum Tisch. Ich hab's nur anders, weil ich den da hinten nicht. Aber du hast Haare auf dem Kopf, Mensch. Das gibt's doch gar nicht hier. Richtige Mähne. Oh, du hast andere Hände, super toll. Ich bin nochmal dran. Ich weiß. Das ist ja langweilig. Hm. Vielleicht krieg ich ja jetzt die rote mal rein. Na, super. Das wird da auch wieder nichts. Ach, Mensch, du warst zu schwach, Schatz, oder? Ja, machst du beim nächsten Mal. Hm. Hätte ich mir Power geben müssen. Und jetzt hast du schon zehn Kugeln reingehauen. Da, schon wieder eine. Ich will ja die gerne reinkriegen, aber ich will deine nicht mitnehmen. Komm, wir drauf tragen. Ach, hier, geh mal. Ach, mal, die Punkte muss man sich selber aufdingsen hier. Der zählt nicht automatisch mit. Hm, na, super. die Kugel, die ich drin hab. Oh, ich hab mal einen reingekriegt gerade. Was? Du musst dir selber da. Deine Punkte rechnet er nicht automatisch. Also, weiß ich, welche Kugel. Aber ist egal. Wo bin ich denn jetzt bei Play? Ich bin Play-Zweier, oder was? Ja, das muss man sich vorher absprechen und dann kann man, muss man halt manuell durch die Punkte reinkriegen. Ach, das muss man dann einstellen. Ach so. Mhm. Da machst du denn die Folgen rein. Ach, ja. Ich wollte dir ein bisschen helfen. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte dir ein bisschen helfen. Ich wollte gerade sagen. Du bist dran. Das hab ich jetzt nicht. Wie krieg ich denn jetzt den blauen? Nee, das ist jetzt dickig. Ich muss andersrum. Oder ich nehm den weiß. Ich muss jetzt nochmal einmal hier rum, irgendwie. Hm. Da komm ich auch nicht dran, ne? Doch. Nee, hinten, Andi. Ja, da musst du die links anspielen. Dann gehst du da hier rüber. Zeig's aber nicht an. Nein, hier die gelbe. Ah, du hast die halbe, ne? Ja, kann ich. Ja, ja, komm ich aber nicht hin. Zeig dir mit dem Pfeil nicht an. Warte mal. Ey, das... Nee, das ist auch blöd. Du kommst aber trotzdem hin. Wenn du die ganz... Ja. Ah, super, na doll. Du bist mehr zu getroffen. Ja, es war zu knapp gewesen, ja. Hm, er war zu knapp. Wann hast du jetzt schon ein Punkt und ich hab null Punkte? Ach, ich hab da mal dran rumgetippt. Hast du da dran rumgetippt? Ja, mach ich gleich. Nein! Jetzt könnt... Warte, jetzt lieg ich... Nee, du bist ja nochmal dran. Schade, jetzt liegt mein Ball so schön. Hm. Mann. Ja, schmeiß mal in der Auge mit rein. Na, super. Aber meiner liegt natürlich... Warte, ich muss jetzt drüben wieder auf die Seite. Zu dem blauen muss ich jetzt hin. Blau liegt nämlich in der Nähe vom Loch. Überbandet. Dann nehme ich lieber die grüne. Nee, die grüne kriege ich auch nicht rein. Oder doch könnte ich reinkriegen. Moment. Nee, wird nicht so. Glaube nicht. Das ist aber... Nee, das war zu schwach. Das war nichts. Das war nichts. Du hast nur noch zwei da, oder? Die hier reinmachen musst, ne? Hm. Deine liegen immer besser. Ich muss immer hier mal rumlaufen. Einmal hier um das Ding. Du bist ja nochmal dran, ne? Nein, ich habe keine reingekriegt. Nee, hätte ich nicht rein. Doch, habe ich reingekriegt. Und jetzt machst du noch die gelbe rein. Hier unten rein. Ja, klar. Die gelbe auch noch. Logisch. Ich mache die gelbe auch noch rein. Ich bin ja so ein Billard-Profi hier. Ja, ist drin. So, und die schwarze? Und jetzt muss ich die schwarze noch. Ja, es gibt ja verschiedene. Also man muss sich das hier selber vorher absprechen. Manchmal sagt man die schwarze ins gegenüberliegende Loch oder ins selbe Loch. Aber mach die irgendwo rein. Das ist ja nur zum Zeigen. Ja. Ja, ich muss erst mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Wie soll ich denn die reinkriegen? Die liegt ja mittig jetzt. Ja. Jetzt. Oh. Ja, ich habe sie reinbekommen. Der kleine Schisser hat gewonnen. Ja. Okay. Wie gesagt. Also auf jeden Fall kann man den Tisch kleiner verstellen. Ja, oder original. Kannst du ja nochmal zeigen oder hast du es schon gezeigt? Habe ich schon gezeigt. Oder eine original Größe. Zack. Genau. Du lächelst. Okay. Ja, ich lache. Du lachst. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr könnt es ja auch mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall kostenlos. Kostenlos. Bei Applet, ne? Genau. Genau. Bis denne.